So, Vierak Bolten am Lillefjord in Norwegen. Ich glaube eine gewisse Person kennt den Stein ganz gut und verbindet damit eine Geschichte und an den will ich heute auch erinnern bei diesem schönen norwegischen Sommerwetter hier. Es geht um meinen lieben Lieblingsfreund Jojo, der nämlich vor knapp eineinhalb Jahren hier auch war oder hin wollte zumindest und es nicht geschafft hat, aber eine sehr sehr große menschliche Geste gezeigt hat, wofür mein Herz sich zu einem saftigen Steak weitet. Das ist eine sehr schöne Geschichte und darum möchte ich heute an Jojo erinnern für seine große Geste. Ich finde es sehr gut, Jojo weiß noch was gemeint ist und ich feiere ihn dafür total, dass er Mensch geblieben ist. Achso, was mir noch eingefallen ist. 1986 hat hier die Mannschaft von den Bolten Wanderers ihren Sieg in der Brannionship gefeiert. Hier auf dem Felsen, auf dem Kerak Bolten. Bolten Wanderers. Macht doch Sinn, oder? Also Jojo, das ist für dich. Du bist mein Held. Tschüss!